Schönen guten Morgen Jungs! Wir fahren heute von Grenberg nach Aachen West. Ich bin heute mit Baureihe 186 unterwegs, kann man sagen Federleicht, 819 Tonen und 400 Meter lang. Ich bin heute mit Baureihe 186. Wir haben heute das Datum 7.7.18. Wir fahren Atomobus. Ich bin heute mit Baureihe 186. Wir werden folgende Baureihe befahren. Dann Köln-Süd, Köln-Westernfeld, Köln-Löwenich, Chorem, Dürren natürlich. Gut verlassene Stadt, Lavea, Eschweiler, Stolberg, Eilendorf, Rote Erde, Aachen Hauptbahnhof, Aachen Schanz und einschließlich Aachen West. G�keme Befest. G�keme Befest. G�keme Befest. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Norddeutscher Rundfunk 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, das ist ja ... Ich fühle mal, aber auch so. Zugbeeinflussung Wrocław WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR